ein herzliches willkommen zu der jersey park der wappet oder wenn man das ausredet und wir spielen natürlich auf deutsch das eins meiner spiele die ich als in der kindheit gespielt habe und ich fand die sehr gut und das spiel ist auch sehr gut und langweilig überhaupt nicht ich hatte erst probleme gehabt dass überhaupt zum laufen spielen spiele einstellungen unperfekte verletzungen wach verletzungen an schwierigkeit leicht denn ich will schnell fertig werden machen dazu anzeige bleibt anzeige ist unten er oben so wenn ich schon groß sagen es ist ein kampfspiel im museum da könnt ihr nämlich lernen willkommen in der dinosaurier galerie von jurassic park hier haben wir einige der dinosaurier dargestellt denen sie im park begegnen könnten wir haben keine kosten gescheut um ihnen die genauesten nachbildungen dieser prähistorischen wunder bieten zu können durch das moderne wunder der genetik können wir ihnen den anblick die geräusche und die einzigartigen spuren dieser spezies im jurassic park darbieten natürlich ist keiner dieser dinosaurier harmlos auf der anderen seite sind sie jedoch auch nicht unverwundbar das geht im museum könnt ihr euch informationen von den dinosaurier holen wir haben hier der angrocanthosaurus ihr könnt die länge größe und gewicht sehen und ich lasse das jetzt mal durchlaufen während wir in der galerie sind dürfen sie die dinosaurier nicht füttern berühren stören belästigen oder reizen genießen sie ihren aufenthalt im jurassic park ja jetzt sagen bitte ruhig ja hier könnt ihr sehen wann der gelebt hat zu welchem stammbaum der gehört ja und hier sieht er eigentlich die farben und hört schon die laute die könnt ihr hier dann abrufen ja das kann ich sagen nun der akrocanthosaurus oder wegen der stacheln die aus seinem rücken wuchsen die echse mit der hohen wirbelsäule genannt war ein zweibeiniger fleischfresser von circa zwölf meter länge und sechs meter größe er hatte einen eineinhalb meter langen kopf und 68 dünne scharfe gezackte zähne aus seiner wirbelsäule wuchsen vom hals bis zum schwanz circa 43 cm lange stacheln wodurch ein dicker fleischiger kamm auf seinem rücken entstand der akrocanthosaurus wog circa 2700 kg wow der war schwer ja ich werde jeden Teil ich werde so im Spiel übrig dass ich mit dem Dinosaurier fertig bin und gebe jedem bei neuen Dinosaurier genau das hier und werde hier dann alles durchsagen lassen damit man alles vom Spiel mitkriegt also könnt ihr jeden Part werde ich euch erstmal davon erzählen beziehungsweise derjenige der das sagt wo der gelebt hat was er für Gewicht hat und so weiter und ich bin jetzt mal wieder still und ich höre Zellputzt der akrocanthosaurus lebte in der frühen Kreidezeit vor ungefähr 105 bis 110 Millionen Jahren hm ne Kreide wurde T-Rex-Haur gehen wir jetzt da hin der akrocanthosaurus gehört zur Familie der Theropoden ja so und wir spielen den auch da ich ja gesagt habe dass wir jetzt jeden Dinosaurier spielen den wir haben und ihr seht die Fragezeichen sind auch Dinosaurier die kriegen wir aber erst wenn wir die da gespielt haben und das wir jetzt eher und ich spiele die Farbe gefällt mir besser und ich hoffe ich kriegs auf die Reihe dass er mit dieser Idee geht oi 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 ich bin ein bisschen raus Stufe 1 led gerade lad aber bitte nicht zu lang doch war doch eigentlich ein T-Rex drin doch war doch eigentlich ein T-Rex drin komm her ich mach dich fertig Fertig ist er Brutal ich sag ich bin draus ich seh wie draus ich bin oh verdammt komm her wer die schnitt agromode sieg 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 da ist noch einer oh ich seh hier keiner ich seh ja da war ein Lamm ja aber das ist kein Dinosaurier ja ähm wie gesagt ihr lernt damit theoretisch was das für Dinosaurier sind das ist immer ein bisschen Einblick von dem wo wir spielen sie und so wollte ich das machen mehr immer bin ich ein Fail für jedes die das perfekter machen können aber das geht wir sind ja nie perfekt davon ab und jetzt kriege ich Stress und jetzt kriege ich Stress das wie macht der das so mit dem Fuß eiskalt mit dem Fuß erlegt ich komm immer so schnell im Spielen ich komm immer so schnell im Spielen das muss ich zugeben ich bin schnell im Spielen nein mein Freund du hältst mich nicht ich könnte eigentlich so schwer spielen so gut wie ich bin komm her komm her oh jetzt hat er mich gerett komm her komm her komm her oh jetzt hat er mich gerett aber ich bin konzentriert ich bin konzentriert ich bin konzentriert Aua ja das ist ein Spiel das eben man kämpfen tut und ich werde die komplett alle spielen wie gesagt äh ich werde jeden den ich Spiele ablaufen lassen am Anfang und es gibt jeden Part ein Dinosaurier könnt ihr euch mal drauf instellen ich kann nicht sagen wie lange die Parts werden ich könnte Minuten aber hochsteuern ich bin so schnell er sieht ja wie so schnell wie schnell ich den töte das äh ja vorab dass ich die Sprechen muss machen dafür wie kann er das überhaupt kriegen dass der den so überschleudert wie kriegt ihr das hin eigentlich nicht möglich aber naja Kampf 2 los aber du kannst kann ich schon lange mein Freund und ich würde gerne Gurgel die Gurgel ach der wird jetzt ein bisschen haffig ich krieg das weg von dir Einhorn Tja 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 da weiß ich den Namen nicht Kampf 1 los ähm ja 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 ich ihr merkt es schon ihr ist brutal jetzt warum 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 oh man ist da gibt es einen der tötet mich ist das eine Notaschein, die gefährlich ist ich habe verloren verloren ich verliere gegen dich nicht noch mal mein freund ich habe noch von dir Respekt ich kann jetzt schneller weg hubsen nix da nee das Mistfeeder das hört wirklich in die Luft das ist das schlimmste viel im ganzen spiel wups doch mal nie machte die Befehle die ich mir war jetzt fertig ist er mann habe ich den zugelegt der blutet überall in der letzten Runde da hat man mir es aber arg angetaue ihr seht was die Dinosaurier im Jahr schon spielen können ja die spiele ich alle gar durch die Parts werden unterschiedlich lang sind aber doch hinterher schon mal instellen der Raptor der haut mich doch weg mach ich umgehend Raptor aber du nie geht die Taste nee das machst du nicht das mache ich jetzt mit dir weg oh man man hat nicht den Raptor zugelegt aber ich kann das ja so eingestellt damit das spiel voll seine Bruderlehte hinbekommt los ich kann nicht schreien aus mir an diesen Quälen aber was will ich machen ich bin ja ein Raubtier da ist noch einer der hat der Raptor der hat extrem brutalen Moos draufs da fällst ich ja selber da ist noch einer ja sehr gerne gespielt mehr als der T-Rex der ist flink der Raptor und brutal und der dauert es eigentlich auch nicht ohne hartzunehmender Gegner der wird es mir auch nicht gerade leider schon machen ihr kennt ja ja von Lost World das waren die Gegner die im Wasser wohnen ich weiß nicht wie die Häschen aber wir werden es auch rausfinden und jetzt bleibe ich nochmal voll in meiner Konzentration gib Kopf los gib Kopf los ich finde das geil wie der es mir die Füße macht da machst du wirklich mit den Fingern so guck mal auf deren Füße also auf seine Füße wie er das macht einhergebild einhergebild Ah! Sieg! Helikopter 5! Folgen Sie dem Tier! Das ist so geil, wie er sich in den hergeguckt hat. Ich will auch mal den Idiot springen, der weiß ja was er macht. Ha! Oh, Mann, 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 Mann. Ich bin eigentlich kein Fan von so spielen. Ja, aber ich mag, wenn Dinosaurier kämpfen. Ich finde das einfach cool. Was ich nur anmerken will, dass ich in vielen Parts leise werde sein oder fange an zu fluchen. Denn ich weiß ja, wie viel, ja, eigentlich gibt es im Kampfspielen jetzt viel zu labern. Kampf 1! Los! Außerdem ist er doch gefährlich. Das bringt er herzlich wenig was, wenn dein Kopf schützt, wenn ich hier deine Beine nehme. Oh! 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 Wie ist das jetzt? Oh! Ich muss mich anstrengen. Die ist nicht ohne. Mit dem Schwanz. Das hat funktioniert. Er läuft weg! Tat mir zwar auch weh, aber ich wollte ihn downhauen. Der ist mir zu gefährlich. Das ist ein Kinosaurus und wenn der mit der Keule haut, das zieht extrem ab. Theoretisch ist jeder Dinosaurier hier im Spiel gefährlich. Für einer, der jahrelang das Spiel auch nicht mehr gespielt hat, der hat es noch drauf. Mit dem Schädel. Scheiße. Nein! Das tat mir auch mal wieder weh. Aber, naja, kann man nichts machen. Der ist ja so gepanzert, so gestachelt alles. Der ist ja so gepanzert, so gestachelt. Das ist schon... Das ist schon... Jo. Letzte Stufe. Der kriegt mir neu. Ich seht. Den haben wir nämlich nicht. Jetzt wird's halt. Ihr könnt denken, dass die... Die Leveln alle gar... Über 20 Minuten lang sind. Ach, verdammt. Oh, der arme Hund. Guck mal, ich will dich an die Tankstelle werfen. Koptos! Oder nicht. Naja, wir hören nicht auf, ich weiß. Wir sind voll auf Aggression. Das müssen wir denn auch sein, sonst sind wir nämlich Aggression. Und das... Das ist ja... Komm her! Ich will dich an die Tankstelle kriegen. Yeah. Und der schmeißt mich an die Kuchel. Alter, hier geht's ab. Das ist doch die, die, äh... Glückwunsch! Geheimmodi freigesch... Geheimmodi freigeschalten. Okay. Ja. Wie gesagt, ist, ähm... Wir spielen das jetzt... Komplett Dinosaurier spielen wir in einem Part. Jedes Mal, wenn wir, ähm... noch einen neuen Part anfangen, naja... Werde ich immer ins Museum gehen und Dinosaurier vorlaufen lassen. Ich werde die Quedits auch laufen lassen. Jedes Mal, also komplett, kriegt hier jeder Dinosaurier seine eigene Folge. Und... Ja. Ihr könnt euch viel Joystick Park und viele Dino-Fights ansehen. Wie ihr seht, ich bin nicht gerade ohne in dem Töten. Ich bin leider leise, denn ich bin dann konzentriert. Und ich muss die ja... niedermachen. Das geht das nicht. Und wenn die nicht jetzt irgendwie labern... Das kann ich auch irgendwie nicht. Ich muss mich dann auf den Kampf konzentrieren, sonst... ...würden wir nie fertig werden. Leider. Ich werde mal sagen, ich hoffe, das hat gefallen, der Part. Und ich hoffe, die weiteren, die kommen gefallen auch. Und... Ja. Das sieht sich wohlgemerkt in den nächsten Folgen. Und bei den Entros, also bei den... Hey, bei den Endquedits werde ich da nichts mehr sagen in den nächsten Folgen. Ich werde die verlaufen lassen. Und dann... Das brauche ich, ne? Ich habe jetzt in den Moment Sektionen derтzen. Komm. Denken. Vielen Dank.